so jetzt im test etwas älter mini knaller von veco noch mit dem corsair label hier oben herstellungsjahr kann ich nicht genau sagen hersteller ist cnp fuchon oder irgendwie sowas sehr klein ja ziemlich weich in der mitte wir testen einfach mal drei stück ups so jetzt kommt der mann mit dem feuerzeug ach du meine güte noch mal zwei stück beide an sehr gut für die größe doch nicht schlecht mit dem feuerzeug ab mit dem feuerzeugen mit dem feuerzeugen mit dem feuerzeugen